Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch das Buch Der höchste Bücherberg der Welt aus dem Jumbo Verlag näher zeigen. Das Buch hat 44 dünne Seiten, kostet 15 Euro und wird ab sechs Jahren empfohlen. In diesem Buch geht es um den kleinen Lukas, hier noch als Baby, der schon von klein an davon träumte zu fliegen. Er versucht es mit allem wirklich, um selbst fliegen zu können einfach. Er beobachtet Vögel, bastelt Flügel, als dies alles nichts nutzt, bittet er sogar den Weihnachtsmann und wünscht sich auch beim Auspusten der Geburtstagskerzen nichts sehnlicher als endlich zu fliegen. Ja, leider wird sein Wunsch nie erfüllt und Lukas wird immer trauriger. Als seine Mama erkennt, was Lukas so sehr will, gibt sie ihm ein Buch und sagt, man kann auch anders fliegen. Zunächst versteht Lukas nicht ganz, was ihm seine Mama damit sagen will, doch die Geschichte gefällt ihm so gut, dass er gleich darauf die nächste und die nächste und die nächste liest. Und er sich versieht, hat er die gesamten Bücher zu Hause und in der ganzen Nachbarschaft gelesen und will immer mehr. Als die gelesenen Bücher, ja, zu Ende gehen praktisch, baut er sie immer aufeinander auf, zu einem gigantischen Stapel, den so viele sehen wollen, dass Lukas ja sogar in die Nachrichten schafft. Doch all dies bekommt er gar nicht mit, denn er ist stets in seinen Geschichten und liebt es einfach so sehr, bis er endlich versteht, was seine Mutter ihm damit sagen wollte eigentlich. Nämlich, dass er zwar nicht fliegen kann, aber seine Gedanken können es und noch so viel mehr. Ja, das Buch ist wirklich zauberhaft und für Menschen, die so gern lesen, ein absoluter Genuss. Ich kann Lukas absolut verstehen, denn auch ich lese, um in andere Welten einzutauchen und dabei alles sein zu können und tun zu können, was auch immer ich möchte. Ich finde, dass nichts außer Büchern und Musik einem so viel geben kann und habe auch meine Kinder deshalb von Anfang an immer mit Büchern begleitet. Dieses Buch beinhaltet viele Klassiker wie Moby Dick, Der kleine Prinz oder auch das Dschungelbuch und inspiriert dazu, noch mehr zu lesen. Es ist also eine wunderbare Ergänzung in unserem Bücherregal und macht uns ganz, ganz viel Freude. Den Link dazu findet ihr wie immer in der Infobox. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und schaut auch gerne meine weiteren Videos an. Macht's gut!